Uttanapadasana ist die gestreckte Beinstellung. Verschiedene Asanas werden als Uttanapadasana bezeichnet. Nila Kanta von Yoga Vidya Berlin zeigt eine davon. Du bist praktisch im Fisch und im Fisch mit gestreckten Beinen, Sukamatsyasana, hebst du die Beine 45 Grad hoch, auch die Arme, und ein bisschen Uttanapadasana, welches gleichzeitig Rückenmuskeln und Oberschenkelmuskeln und etwas auch die Schultermuskeln übt. Hat es dir gefallen? Dann klicke schnell auf Daumen hoch. Und willst du öfter mal was Neues ausprobieren? Dann besuche doch mal Yoga Kurse bei Nila Kanta, bei Yoga Vidya Berlin oder geh mal in fortgeschrittenen Yoga Stunden bei Yoga Vidya Bad Meinberg oder in vielen anderen Yogaschulen, die auch die verschiedenen fortgeschrittenen Asanas ausprobieren. Und wenn du keine Folge dieses Asana-Lexikons verpassen willst, dann klicke jetzt schnell auf Kanal abonnieren. Danke! Kommen swimming, Facebook auf Kanal abonnieren! N Daumen hoch Tax Uff叶 Mü sitting Z cav buzz beschlägem Ba Uff叶